Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ich habe endlich den neuen Banger Tabak da und ich würde sagen, wir stürzen uns auch direkt rein. Die ersten zwei Sorten gucken wir uns heute mal an. Bei Rapper Tabak bin ich ja normal immer ein kleines bisschen skeptisch, aber der Banger Tobacco kommt auch wieder ein massiver, von dem es ja schon einige gute Sorten gibt, aus dem Hause Moes. Und von dem her bin ich auf jeden Fall schon mal sehr gespannt, wie der wird, weil die Jungs können guten Tabak machen. Ob das auch bei dem Banger der Fall ist, das gucken wir uns heute an. Bevor ich euch aber erzähle, wie der erste von den beiden hier läuft, würde ich sagen, zeige ich euch gerade mal, wie ich die zwei Köpfchen hier gebaut habe. So, gucken wir uns mal den Schnitt und die Feuchtigkeit an, rühren die Dose einmal um und dann packen wir auch schon mal den ersten Tabak in unser erstes Köpfchen. Zuerst bauen wir den Happy Birthday, locker fluffig reingelegt, einmal voll gemacht und dann mit der Stecherseite von unserer Gabelstecherkombi einfach nochmal ein bisschen verteilt, bis das alles schön ordentlich aussieht, den Rand sauber machen und dann war es das auch schon für den ersten Kopfbau. So sieht er aus. Links hätte ich noch ein Blättchen wegmachen können, aber wird laufen. Dann schnappen wir uns noch den Little Pro und bauen noch den Regionalliga. Genau dasselbe Spiel, Tabak locker fluffig rein, dann wieder mit der Stecherseite oder wenn ihr keine Kombi habt, einfach mit einem normalen Stecher, Zahnstocher, was euch auch immer zur Hand liegt. Das Ganze verteilen, sauber machen und dann rein in die Masse. So, Kopfbau habt ihr gesehen, so habe ich mir die zwei Köpfchen gebaut. Einmal eben den Stonehooker Fastball in Brown hier, da läuft gerade der Zitrone drin oder Happy Birthday, wie er richtig heißt. Ich schätze mal, das sind Songs von Farid Bang. Ehrlich gesagt kenne ich mich mit der Musik von Farid nicht wirklich aus, ist nicht so meine Musikrichtung, aber das tut ja auch nicht großartig was zur Sache. Umso neutraler kann ich das Ganze hier bewerten, ohne ein Farid Fanboy, Farid Bang Fanboy zu sein oder so. Auf jeden Fall der Birthday, das soll ein Zitrone mit exotischen Früchten sein. 17,90 Euro kosten die 200 Gramm und ich würde sagen, wir riechen einfach mal dran. Also Schnittfeuchtigkeit ist tatsächlich auch sehr, sehr ähnlich zu dem, was Almasiva so rausgebracht hat. Ist also wunderbar. Schöner Schnitt, angenehme Feuchtigkeit, Tabakqualität ist optimal. Wenn man da dran riecht, kommt einem erstmal eine sehr, sehr spritzige, leicht saure, aber auch süße Zitronennote in die Nase. Ich habe irgendwie das Gefühl, da ist noch so ein Hauch Ananas dabei, also irgendwelche weiteren exotischen Früchte, die so in diese saure Richtung gehen, riecht aber sehr, sehr lecker. Aber was da genau an exotischen Früchten dabei sein soll, kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht sagen. Die Zitrone riecht aber sehr einzigartig, hat hier und da sogar noch leicht würzige Noten, riecht aber im Großen und Ganzen sehr, sehr lecker. Den Kopf habe ich auch schon hier drauf und ich würde sagen, wir rauchen einfach mal, gucken uns erstmal die Rauchentwicklung an. Aber das, ja, ich zeige es euch einfach mal. Vom Geschmack her war der Happy Birthday erstmal etwas enttäuschend. Nicht, weil er schlecht ist, sondern weil er anders ist als im Geruch und nicht nur wie dieses klassische, ja, er schmeckt ein bisschen weniger intensiv als er riecht, aber der Geschmack ist deutlich anders als der Geruch. Vom Geruch her hatten wir eine eher klassische Zitronennote mit so einem Touch exotische Früchte. Wenn wir das Ganze aber rauchen, wird die Zitrone weniger fruchtig und etwas würziger. Was ich persönlich jetzt nicht erwartet hätte, aber sehr, sehr geil finde, weil es irgendwie eine neue, besondere Zitronennote ist, die so noch gar nicht auf dem Markt war. Also es ist auf jeden Fall kein klassischer Zitronenminze, was mich im ersten Moment überrascht und ein bisschen enttäuscht hat. Aber das, was ich dann bekommen habe, war trotzdem sehr nice. Aber ihr dürft keinen klassischen Zitronenminze erwarten. Es ist wirklich ein Zitronentabak, der so eine leicht würzige Note mit dabei hat, mit noch einem Hauch Früchte hintendran. Wobei die Früchte auch so weit im Hintergrund sind, dass ich gar nicht genau sagen könnte, das ist jetzt definitiv ein Drittel Papaya, zwei Achtel von einer Mango und so. Also die sind eher so ein bisschen unterstützend im Hintergrund, aber sehr, sehr geil. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, bei dem Tabak noch irgendwas Minziges oder Frisches dazu zu mischen. Also irgendwie Supernova, Booster, Mint Shot, wie auch immer. Die Drops von Almasiva noch ein bisschen in den Kopf oder in die Bowl. Dann sollte das sehr, sehr nice funktionieren. Ich glaube, das könnte unglaublich gut mit dem Flavor harmonieren. Könnte ich jetzt aber so schnell noch nicht testen. Da werde ich euch auf Insta Bescheid sagen. Da probiere ich das auf jeden Fall mal aus. Checkt gerne Insta aus, wenn ihr da die Storys zu nicht verpassen wollt. Ja, aber Happy Birthday, gelungener Tabak, keine klassische Zitrone, aber sehr, sehr lecker. Ich würde sagen, wir kommen zu dem nächsten. So, als nächstes gucken wir uns den Regionalliga Aftergame an. Das soll ein Blaubeer- und Kiwi-Tabak sein. Blaubeere-Kiwi dachte ich mir, ja, ich habe ja jetzt schon oft irgendwie andere Blaubeer- und Kiwi-Tabak-Sorten geraucht und die auch gemischt. Wird bestimmt eine ganz nice Kombi, aber jetzt bestimmt kein Weltwunder oder so. Und dann habe ich dran gerochen und ich glaube, vom Geruch her ist es für mich schon mal die beste Banger-Tabakko-Sorte. Wie das beim Geschmack aussieht, gucken wir uns gleich an. Aber vom Geruch, absolutes Brett. Also, als ich den eben gerochen habe, war ich so, Digga, ist entschieden. Ich weiß, welchen Tabak ich als erstes in einem Video machen will. Da muss auf jeden Fall der Regionalliga-Aftergame mit drin sein. Und deswegen probieren wir den jetzt auch. Das habe ich mir wieder zugemacht, aber ich wollte ja eigentlich dran riechen. Blaubeere-Kiwi soll das Ganze sein. Und das ist es auch. Also, ja, man riecht eine schöne Blaubeere raus, die überraschend gut oder besser als ich dachte mit der Kiwi-Note noch harmoniert. Also, das Zusammenspiel aus Blaubeere und Kiwi ist hier sehr, sehr lecker. Zumindest vom Geruch. Wenn das Köpfchen warm geworden ist, dann rauchen wir mal ein bisschen und hoffen wir, dass das im Geschmack auch genauso geil ist. Aber Junge riecht der lecker. Da bin ich echt gespannt, ey. Das sind immer diese Momente, wo man sich als Shisha-Raucher wünscht, bitte lass den so schmecken, wie er riecht. Wir gucken. Köpfchen ist noch nicht ganz an. Kurz ein paar Worte zu meinem Setup. Ich dachte mir, wenn wir uns schon Tabak von Maus angucken, dann können wir auch mal wieder die Maus-Shisha auspacken. Und zwar ist das die 2UM1. Eine Pfeife, die zwar eigentlich aus Alu ist, was es halt leichter macht, die zu färben, aber innen trotzdem aus Edelstall ist. Sehr, sehr geiles Ding. Und warum die Pfeife bei mir sehr, sehr weit oben auf meiner Empfehlungsliste steht, ist, man bekommt direkt einen zweiten Schlauchanschluss mit dazu. Das heißt, wenn Leute auf der Suche nach einer Zweischlauchpfeife sind, dann steht die ziemlich weit oben auf meiner Empfehlungsliste. So, ich rauch mal weiter die Kiste an. Okay, das Ding ist an und holy shit ist der nice. Also bis jetzt mein absoluter Favorit von Bangor Tobacco. Ich meine, ich habe erst zwei probiert, aber der Regionalliga ist richtig nice. Man hat eine relativ verspielte Blaubeere, die so ein bisschen an diese Blaubeer-Flavor, die man auch von Kaugummi oder so Slush-Eis oder sowas kennt. Also eine schön süße, leicht künstliche, aber jetzt nicht negativ gemeinte künstliche, sondern einfach wie so eine Kaugummi-Blaubeere. Also eine relativ verspielte, ich weiß nicht, wie ich das gut beschreiben soll, so eine leicht künstliche, nicht negativ gemeint, verspielte, süße Kaugummi-Blaubeere. Die dann noch so einen leichten, säuerlichen Touch von der Kiwi mitbekommt, die man ein bisschen weniger rausspielt als die Blaubeere, aber trotzdem sehr, sehr geil ist. Rauchentwicklung ist wie auch vorher wunderbar. Drückt nicht, kratzt nicht, alles wunderbar entspannt und der Regionalliga-Aftergame, ultra leckeres Ding. Also den kann ich mir sehr gut in meinem Daily Shisha-Konsum mit vorstellen. Ich hoffe, der Ersteindruck von den zwei neuen Banger-Sorten, die ich hier am Start habe, hat euch gefallen. Gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen und dann bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder die nächsten Sorten testen.